Musik Mann, heute ist so schönes Wetter. Hoffentlich haben wir nicht so viele Hausaufgaben. Ich möchte nämlich Kinder draußen spielen. Ja, das will ich auch. Kinder, weil heute so schönes Wetter ist, habe ich mir gedacht, dass ich heute mal keine Hausaufgaben gebe. Juhu! Aber spielt schön draußen. Ja, das machen wir. Hallo Mama. Hallo Lukas. Herr Haas hat uns heute gar keine Hausaufgaben gegeben. Oh, wieso denn? Weil es heute so schönes Wetter ist. Oh, das ist aber gut. Aber dann spielst du ein bisschen draußen. Ja, ich will auf den Trampolin hüpfen. Mit Lisa? Ja. Lukas, du kannst schon mal Lisa holen. Und ich habe mir gedacht, wenn es schon mal so schönes Wetter ist, mache ich für uns einen Erdbeer-Shake. Oh, cool. Lisa, komm runter. Mama, mach für uns draußen einen Erdbeer-Shake. Oh, cool. Oh, bitteschön. Drei Erdbeer-Shakes. Juhu. Danke, Mama. Mama, ich freue mich, wenn wir wieder ein Wasser im Pool haben und im Pool schwimmen können. Ja, darauf freue ich mich auch. Dann können wir nämlich wieder eine Poolparty machen. Oh, jetzt will ich aufs Trampolin. Kommst du mit, Lisa? Ja, komme ich. So cool, dass wir das Trampolin haben durften. Ja. Oh, das ist cool. Jetzt will ich auch mal drauf kommen. Oh, aua. Ich bin rausgefallen. Oh nein, Lisa. Nein, Lisa. Geht's dir? Ja, aber es tut weh. Komm, ich hole dir einen Kühlbeutel. Wir sollen für das Trampolin unbedingt mal ein Netz kaufen. Oh, hier hast du einen Kühlbeutel. Danke, Mama. Oh, wieso muss ich den ausgerechnet auf den Kopf fallen? Ja, es läuft halt manchmal blöd. Ich schalte mal im Internet, ob wir vielleicht ein Netz kaufen könnten. Ja. Hm, was gibt es denn hier für Netze? Äh. Ah, das hier könnte patzen. Das ist auch die richtige Marke. Hm, in den Warenkorb und zur Kasse. So, da muss ich hier nur noch meine Angaben angeben. Lisa, wollen wir vielleicht jetzt ein bisschen schaukeln gehen? Ja, das wäre besser. Lisa, man könnte theoretisch von der Schaukel auf das Trampolin springen. Oh, aber ich will es nicht mehr probieren. Okay, gut, dann probiere ich es halt. Braucht ganz viel Schwung. Und hauap. Uh, ist das cool. Kasper, bist du jetzt ernsthaft gerade von der Schaukel aufs Trampolin gesprungen? Ja, das war gar nicht schwierig. Mach das bitte nicht mehr. Lisa, dir das schon wehgetan. Och, Mann. Und bald haben wir eher ein Netz. Dann kannst du es eh nicht mehr machen. Oh, schade. Was hast du denn für ein Netz bestellt? Ich habe ein Netz bestellt, was eben aufs Trampolin passt. Eins von der gleichen Marke. Ach so. Ach, Scheriff. Scheriff. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dann, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier könnt ihr jetzt noch weitere Videos von uns anschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.